Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Hi, mein Name ist Katrin und ich habe wieder gespart. Man kann es ja nicht shoppen nennen. Also ich habe wieder ganz kräftig gespart. Ich habe natürlich kein Geld ausgegeben oder so, Zwinker, aber es gibt ja diesen Best Secret Shop, der einen immer wieder verleitet mit seinen krassen Angeboten, doch das ein oder andere Teilchen zu shoppen. Und da habe ich wieder so ein bisschen zugeschlagen und dachte, da sind ein paar Teilchen dabei, die für euch auch interessant sind. Ihr könnt auch gerne mal in meinen älteren Best Secret Hauls reinschauen. Ich kann euch den Shop immer wieder nur ans Herz legen. Ich weiß, viele von euch kennen den auch schon bereits und sind da auch Mitglied, denn man kommt da tatsächlich nur über, was heißt Mitglied? Also man kommt da nur ran, wenn man eingeladen wird. Und dafür gibt es Einladungslinks. Im Moment habe ich keine, aber ich sage immer, teilt, was das Zeug hält, weil jeder bekommt diese Einladungslink und kann dann wieder Leute einladen. Und ich feiere den Shop halt einfach und hoffe, dass ganz viele von euch da auch kräftig sparen können. Auf jeden Fall habe ich mir hier wieder ein paar Teilchen geschnappt, die ich euch zeigen wollte. Und ich hoffe, ihr habt daran Freude. Ich muss gerade mal so ein bisschen wegräumen, denn ich habe hier gleich mal Schuhe am Start. Oh mein Gott, ich habe mich so da rein verliebt wieder. Und das ist so eine Sache, das sage ich auch immer wieder dazu. Ich habe Schuhe, müssen mir so auf Anhieb gefallen. Da gibt es bei mir keine großartige Überlegung. Ich sehe Schuhe und ich möchte diese Schuhe. Vielleicht kann der ein oder andere mir das nachempfinden. Wenn ich so Schuhe habe, wo ich so, ach nee, muss nicht unbedingt, dann kommen die auch meistens nicht mit. Aber die fand ich so schön. Ich fand die irgendwie so schön. Ich liebe solche gemütlichen Sneaker und die fand ich auch farblich so genial gestaltet. Die sind hier einmal von Tommy Hilfiger und waren wieder kräftig im Angebot natürlich. Also ich glaube normal 149 Euro oder was die kosten. Würde ich dafür nicht ausgeben. Aber dann wie gesagt bei Best Secret, ich glaube 44 Euro oder so. Ich meine, das ist auch, weil die dann so ein bisschen im Outlet sind bzw. ältere Modelle. Und da habe ich dann einmal diese Schuhe mir geschnappt, die auch derzeit noch erhältlich sind, wenn ihr möchtet und euch die auch gut gefallen. Aber ich fand die so schön mit dem Grün und Weiß und Tralala. Sind auch schon getragen worden, sind mega bequem und einfach so kleine Wohlfühlschuhe. Dann noch ein kleines Wohlfühlteil und wer sich an meinen letzten Haul erinnern kann, ihr wisst das, ich habe mir da ein Pyjama geschnappt gehabt und habe da gesagt, die haben auch noch andere und habe mir dann hier gleich noch einen nachgeschnappt. Auch so einen kleinen Schlafanzug von Tokyo Laundry. Ich finde die mega bequem. Das ist ein richtig schöner Stoff. Die sitzen gut und der ist mit so kleinen Pusteblumen in hellblau. Auch das T-Shirt in dem Falle mit Ärmelchen. Das andere hatte ja keine Ärmel. Und steht in pink einmal Tokyo Laundry drauf und überall diese kleinen süßen Pusteblumen. Mega bequem auch. Wurde schon eingeschlafen und kann ich euch auch echt ans Herz legen, diese Schlafkleidung davon, weil die sind nicht teuer und sind echt mega bequem, die Sachen. Dann muss ich euch hier was zeigen. Oh mein Gott. Katrin, Hashtag Opfer am Start. Aber ich fand sie so schön. Und zwar ist das hier so eine kleine Versace-Handtasche, die ich mir einmal geschnappt habe und die fand ich einfach so hübsch. Und da hängt auch echt noch das Zettelchen dran mit dem Originalpreis. 169 Euro kosten die Teilchen normalerweise. Also ganz ehrlich, das ist keine Preiskategorie für mich, wo ich mir normal eine Handtasche kaufen würde. Aber Best Secret macht's möglich. Ich muss mal schauen. Ich blende euch auch da wieder den Preis ein, den ich bezahlt habe. Und Leute, ich möchte die, ich möchte die kuscheln. Das ist, das fühlt sich so schön und hochwertig an. Also ganz, ja auch so gepolstert richtig. Ich habe mich so rein verliebt und ich war echt am hin und her überlegen. Kommt hier mit so einem kleinen Magnetverschluss. Wir haben hier ein extra Bändchen noch einmal mit dabei. Auch schön hier so ein bisschen gepolstert. noch. Kommt hier auch extra mit dem Täschelein einmal mit daher. Schön und nobel hier. Ich sag ja, das könnte man sich ja normal nicht, also ich nicht. Ich bin da nicht so handtaschenverrückt. Aber ich fand die einfach mega, mega schön. Die ist richtig toll gemacht. Da ist auch dieses komische, die haben ja irgendwelche Seriennummern und Zertifikatsnummern. Keine Ahnung. War auch mit dabei. Von innen auch richtig toll. Und da könnt ihr mal schauen, weil die haben ganz, ganz viele. Gerade mega gut im Angebot. Wenn ihr da was möchtet, könnt ihr auch da zuschlagen. Ich habe euch mal gerade hier das Bändchen einmal dran gemacht, dass ihr das auch gesehen habt. Und das finde ich so hübsch. Wirklich. Ich weiß noch, ich wollte früher immer so eine Handtasche, weil ich die bei irgendjemandem mal auf der Straße gesehen habe. Und ja, jetzt einmal hier für euch dieses kleine Schätzchen, was ich mega nice finde. Könnt ihr euch halt so umhängen oder wie ihr das möchtet. Und was ihr jetzt schon gesehen habt, ist dieser kleine süße Pulli, den ich einmal hier im weihnachtlichen Look anhabe. Auch da könnt ihr mal reinschauen. Ich habe so ein paar schwarze Hundehaare hier überall hängen, weil ich mit meinem Hundi noch geschmust und gespielt habe. Und den gibt es da auch. Ich glaube 12,99 war der einfach nur. Und da gibt es ganz viele wundervolle, süße, weihnachtliche Pullis. Und ich finde, den braucht man, den kann man auch so einfach anziehen, oder? Also da braucht man nicht unbedingt Weihnachten dafür, um diesen Pulli zu tragen. Ich finde den einfach knuffig mit dem Rosa und dem Rot. Hat mir gut gefallen. Diese kleinen Zuckerstangen. Sieht man das? Ich finde das mega niedlich gemacht als kleine Herzchen. Und ein richtig schöner weihnachtlicher Pulli, den ich mir auch noch gesichert habe. Meine Frisur fällt hier, glaube ich, gerade ein bisschen außenland an. Auf jeden Fall habe ich mir hier noch ein paar Sachen geschnappt. Und das war, da war ich auch am Stöbern, Leute. Und ich mir sagte das überhaupt nichts. Und ich habe versucht, was rauszufinden über die Marke. Denn best secret, ich zeige euch meistens nur Klamotten oder Schuhe oder Handtaschen. Und natürlich bekommt ihr auch das da. Ihr bekommt Kerzen, ihr bekommt Deko- Artikel. Also was das Herz begehrt. Eigentlich wahnsinnig breites Spektrum von Produkten, die ihr da erhaltet. Unter anderem auch Kosmetikprodukte. Und ich bin so über eine Marke gestolpert. Und die hatten so viele Produkte davon, wo ich dachte, okay, dann googelst du mal ein bisschen nach. Und habe versucht, etwas über Jade rauszufinden. Das sind einmal hier so ein paar Produkte, die ich mir mitgenommen habe. Die gibt es auch bei Douglas zu kaufen. Zu einem viel höheren Preis wie bei Best Secret. Also da sind die teilweise 50 Prozent reduziert. Und ihr seht schon, ich habe hier so ein bisschen was mir geschnappt, weil ich das gerne mal austesten wollte. Das ist eine israelische Marke, die da auch sehr bekannt ist. Nur irgendwie bei uns in Deutschland ist das Ganze noch nicht so angekommen. Und was ich mir mitgenommen habe, ist einmal hier eine Foundation. Die Long- Die zwei Hunde spielen da unten. Vielleicht habt ihr es poltern gehört. Das ist unser Nachbarhund, der irgendwie auch bei uns lebt. Und die zwei spielen immer miteinander. Auf jeden Fall habe ich mir hier die Long-Vity Foundation Second Skin Foundation einmal mitgenommen in 30 Millilitern. Jetzt war das Ganze ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, ich habe nicht so viel über die Marke gefunden und auch bei YouTube noch nicht so viel gefunden. Und dachte, das wäre vielleicht für euch auch interessant. Wie gesagt, die Produkte gibt es ja auch bei Douglas oder so zu kaufen. Aber es war ein bisschen schwieriger, sich die Farbe daraus zu suchen. Übrigens, wenn ihr da irgendwas nachshoppen möchtet bei Best Secret, ihr seht immer, wenn ihr drauf geht bei Beschreibung, welche Farbe und welches Puder oder so das letztendlich ist. Und ich habe hier Pure Beige. Was ich gefunden hatte an Swatches, dachte ich, okay, das könnte bei mir hinhauen und habe mir die dann einmal geschnappt. Und das ist eine schöne, also es ist echt hochwertig gemacht alles. Und die sind normal auch recht teuer. Es ist ein bisschen dunkel geworden. Also wenn ich das hier so hinhalte, dann ist das nicht ganz ein Color Match. Muss ich mal ausprobieren, wie das Ganze so funktioniert. Ich denke, vielleicht hole ich euch da auch mit. Wenn euch das Ganze interessiert, wie die Produkte so sind, auf jeden Fall einmal, die ist mitgekommen und fand ich sehr, sehr spannend, weil die auch mit, also ist eine Water Infused Foundation, Long Bear soll das Ganze sein, Full Coverage und einen natürlichen, multidimensionalen, mattem Finish, das ja, ja, breathable ist und sich ganz leicht anfühlen soll. Super, super interessant einmal die. Dann habe ich hier einmal mitgenommen ein Velvetine Contour Plush von der Marke. Das ist einmal dieser hier. Ach so schön, das Packaging so richtig hochwertig irgendwie auch gemacht, ist ein Kontour Plush. Und da war auch die Farbe etwas schwieriger. Ich habe hier die 130 Gradient Glow. Und ich konnte erst mal gar nichts damit anfangen. So sieht übrigens die Verpackung so einmal aus. Und habe die aufgemacht. Und Leute, was soll ich euch sagen? Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Plush. Wir haben auf der einen Seite so ein mattes Finish und auf der anderen Seite auch so ein schönes Muster drin mit ein bisschen Schimmer hier mit drin. Und ich swatch euch den einmal. Also die Farbe ist echt schön. Ich dachte, vielleicht ist das eher so Bronzer Farben, weil das konnte man echt schwer erkennen. Und der ist ganz angenehm von der Textur. Also macht so einen wundervollen Eindruck. Einmal hier ist der mit Schimmer und einmal hier in matt. Dann ging es weiter mit einer kleinen Palette, die ich entdeckt hatte. Und das ist Golden Clow, die 48. Und die habe ich mir erst mal geholt, weil ich dachte, komm, probiere es mal aus, wie gut die ist. Weil die hatten verschiedene dort gehabt. Und ich bin erst mal so auf Sicherheit gegangen und habe mir einmal diese geschnappt, weil die doch sehr ja, ja, neutrale Tönchen hat. Wo ich dachte, okay, die kannst du zur Not noch weitergeben, bevor du so ein buntes Teilchen hier anschleppst. Aber Leute, die sieht so unscheinbar aus. Wir haben hier neun Farben einmal drin mit einem Spiegelchen. Und was soll ich euch sagen? Die Farben, die Textur von diesen Farben, das kommt jetzt bei dem Swatchen bestimmt nicht so krass rüber. Aber heftig nice. Ganz, ja, so smooth einfach von der Textur. Die gehen so schön runter. Die sind richtig, richtig schön. Und die Schimmer sehen auch so unscheinbar aus. Aber, oh mein Gott, die sind toll. Also wirklich wahnsinnig. Hier ist er einmal wahnsinnig tolle Schimmer mit drin, die so so nobel irgendwie sind. Also nicht zu krass oder so. Ich finde auch die Farben richtig schön. Und ich glaube, ihr seht das, wie toll diese Schimmerfarben einfach hier euch anfunkeln. Eine schöne Palette. Die habe ich auch schon ausgetestet und war richtig, richtig begeistert davon. Die Haltbarkeit davon ist auch super gut. Die Farben lassen sich toll ausblenden. Und finde ich echt, von der Qualität her können die sich echt sehen lassen. Dann habe ich hier so ein kleines Teilchen. Und da war ich so gespannt drauf auch. Und wusste nicht, wie... Was ich mir darunter genau vorstellen soll, ist ein Idyllic Soft Setting Bronzing Powder. Und das sah so interessant aus einfach. Und ich zeige euch das mal. Die Verpackung hier wieder in schlicht schwarz. Auch hier, das erinnert so ein bisschen an Dior oder solche Produkte. Die kommen nämlich auch einfach so daher. Da sind jetzt ein paar Fingerdatschen von mir drauf. Und Leute, oh, das ist so ein tolles Teil. Ihr seht es vielleicht schon. Ich habe schon, ich habe schon, weil ich halt mega neugierig war, einmal hier drin rumgewühlt. Und auch das, ne, ich weiß nicht. Als Bronzer würde ich das nicht bezeichnen. Das hat hier auch so einen kleinen Puffel, mit dem ihr da drüber gehen könntet, der aber nicht sehr hochwertig ist, muss ich echt dazu sagen. Vom Farbton her, das ist für mich ein wunderschöner Highlighter. Schaut euch das mal an. Also auch ganz, ganz cremig irgendwie. Und der verschmilzt richtig, wenn ihr den drauf macht, mit der Haut. Ich glaube, das kann man hier auf meinem Handrücken auch wunderbar erkennen. Also das sieht wahnsinnig toll aus. Und der hat mich richtig begeistert. Ich kann mir den ja gerade mal mit euch gemeinsam auftragen. Dann seht ihr das nämlich mal. Weil der hier ist so. Schaut euch das mal bitte an. Also das ist so eine tolle Konsistenz und macht so einen wahnsinnig tollen Claw. Ich muss mich hier mal gerade ein bisschen ausgleichen und packe mir den hier auch mal drauf. Ich bin froh, dass ich mich getraut habe, da einfach ein paar Teilchen zu bestellen, weil ich die echt sehr interessant fand. Und wie gesagt, ich habe da nicht viel drüber gefunden. Ihr wisst das, ich bin neugierig und dachte, ich schnappe mir einfach mal ein Teilchen, um die gemeinsam mit euch auszutesten. Und habe mir hier auch noch was nachgeschnappt. Und zwar eine andere Eyeshadow Palette. Die habe ich mir dann nochmal nachbestellt, weil dann noch weitere auch da plötzlich aufgetaucht sind. Am Anfang gab es nicht so viele und die kamen dann nochmal dazu. Das ist ja bei Best Secret auch häufiger. Ich weiß nicht, das wurde nicht direkt von Best Secret verschickt, sondern von Packmonster. Das fragt mich nicht, Leute. Auf jeden Fall habe ich mir noch einmal diese Palette geschnappt. Das ist Spice Rack. So nennt die sich, weil ich die Farben auch super, super schön fand. Da war ich noch nicht drin gewesen. Die möchte noch getestet werden. Hat schöne, so herbstliche Farben einfach drin, finde ich. Und die hat mir vom Farbschema auch super gut gefallen. Leute, ihr müsst schauen, da sind auch andere, auch mit schönen Rottönen oder so. Vielleicht ist da auch noch was für euch dabei. Und dann kommen wir zum letzten Teilchen, was mich auch sehr interessiert hat. Nämlich ein Velvetine Blush und Schimmer Duett. Das ist auch so ein Duo Blush und Illuminator. Also ein Highlighter und ein Blush in einem. Da habe ich die Farbe Earth & Glow. Also die 44. Auch da gibt es viele verschiedene. Und, oh mein Gott, es sieht so nice aus. Also das könnte tatsächlich auch so eine Art Bronzer sein. Und hier unten haben wir einen Highlighter halt mit drin, der auch, oh mein Gott, der ist richtig schön goldene und ganz cremig von der Textur. Und auch oben drüber. Das hier könnte echt als Bronzer durchgehen. Eine wunderschöne, oh mein Gott, wunderschöne Textur, Leute. Also wirklich so richtig samtig. Und ich glaube, das hier kann ich als Bronzer-Fan benutzen. Das habe ich mir auch gedacht, wie ich so ein bisschen nach den Farben geguckt habe. Und unten drunter ist einmal dieser, wirklich, die haben tolle Konsistenzen hier, dieser Highlighter. Highlighter. Vielleicht habe ich euch auch neugierig nicht nur auf Best Secret gemacht, sondern auch auf die Teilchen, die halt wie gesagt, das werde ich noch in einem Schminkvideo gemeinsam mit euch testen, dass ihr seht, wie die Sachen performen. Und dass wir vielleicht ein bisschen mehr der Marke Jade, Garde wird das übrigens geschrieben, aber Jade ausgesprochen, vielleicht noch ein bisschen drüber rausfinden. Und ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal, ob ihr da auch so gespannt drauf seid wie ich. Und das soll schon gewesen sein an dieser Stelle. Und das war einmal mein Best Secret Haul. Ihr seht schon, also die Auswahl ist echt riesig. Man findet richtig tolle, interessante Sachen, ob das Handtaschen sind oder Schlafis sind oder irgendwas. Ich feiere und liebe diesen Shop und freue mich immer, mit euch gemeinsam da ein bisschen zu entdecken. Finde auch diese Jade-Produkte super, super interessant. Und hoffe, ihr hattet Freude an dem kleinen Haul und wünsche euch jetzt von ganzem Herzen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Und hoffe wie immer drauf, dass wir uns beim nächsten Mal und nächsten Video wiedersehen. Ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi!